Die französische Revolution in drei Minuten erklärt Kapitel 1 Einführung Die französische Revolution, die von 1789 bis 1799 in Frankreich stattfand, war ein historisches Ereignis von großer Bedeutung. Sie wurde durch die Forderungen des Volkes nach Veränderung ausgelöst. Die Menschen in Frankreich waren unzufrieden mit der ungleichen Verteilung von Macht und Privilegien. Der Adel und der Klerus, die Kirche, genossen zahlreiche Vorzüge, somit Privilegien, während die ärmeren Bevölkerungsschichten unterdrückt und ausgebeutet wurden. Dies führte zu einer wachsenden Unzufriedenheit und einem Verlangen nach Veränderung. Kapitel 2 Der Verlauf der französischen Revolution Die französische Revolution verlief in verschiedenen Phasen und war von bedeutenden Ereignissen geprägt. Die Revolution begann mit dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789. Die Bastille war ein symbolträchtiges Gefängnis und eine Festung, die die königliche Autorität verkörperte. Der Sturm auf die Bastille markierte den Beginn des Widerstands gegen die königliche Macht und wurde zum Symbol für den Kampf des Volkes für seine Rechte und Freiheiten. Das Königshaus, somit die Monarchie, wurde gestürzt und im Jahr 1792 wurde die Erste Französische Republik ausgerufen. König Louis XVI. und Königin Marie Antoinette wurden später wegen Hochverrats angeklagt und hingerichtet. In der Zeit von 1793 bis 1794 erlebte Frankreich eine Phase des politischen Chaos und der Gewalt, die als der Reign of Terror bekannt ist. Unter der Führung von Maximilien de Robespierre wurden tausende Menschen, darunter auch prominente Persönlichkeiten, durch die Guillotine hingerichtet. Diese Phase des Terrors endete erst mit Robespierre Sturz und seiner Hinrichtung im Juli 1794. Der weitere Verlauf der Revolution führte schließlich zum Aufstieg von Napoleon Bonaparte, er nutzte die politische Instabilität zu seinen Gunsten und erlangte im Jahr 1799 die Macht. Napoleon führte umfangreiche Reformen durch und errichtete 1804 das Französische Kaiserreich. Kapitel 3 Die Auswirkungen der Französischen Revolution Die Französische Revolution hatte weitreichende Auswirkungen, die sowohl in Frankreich als auch international zu spüren waren. In Frankreich wurden bedeutende Reformen eingeführt, die die Grundlage für eine modernere Gesellschaft legten. Das Feudalsystem wurde abgeschafft und die Menschen erhielten politische Rechte und Freiheiten. Die Ideale der Revolution, die in den Schlagworten Liberté, Galité, Fraternité, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zusammengefasst wurden, prägten die politische Entwicklung nicht nur in Frankreich, sondern auch in vielen Ländern. Die Revolution inspirierte die Kämpfe für Unabhängigkeit. Kapitel 4 Zusammenfassung der Französischen Revolution Zeitraum 1789 bis 1799 Ursachen Ungleichheit und Unzufriedenheit Symbol Sturm auf die Pastie am 14. Juli 1789 Schlagworte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit Phasen Monarchiesturz, Reign of Terror, Napoleon Auswirkungen Reformen, Einfluss auf andere Länder Die Französische Revolution wurde durch Ungleichheit und Unzufriedenheit ausgelöst. Der Sturm auf die Pastie am 14. Juli 1789 symbolisierte den Widerstand. Die Schlagworte der Revolution waren Liberté, Galité und Fraternité, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Es gab Phasen wie den Sturz der Monarchie, den Reign of Terror und den Einfluss von Napoleon. Die Revolution führte zu Reformen in Frankreich und beeinflusste andere Länder. Das war das große Ereignis der Französischen Revolution, kurz und knapp in drei Minuten zusammengefasst. Wenn dir das Video eine Hilfe war, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Liken, kommentieren, abonnieren würde den Kanal auch unheimlich unterstützen und wenn du weiterhin solche Videos sehen möchtest, dann schreibe es auch gerne in die Kommentare. Vielen Dank für deine Unterstützung.